Ja, nur als kurze Ergänzung, zu dem was wir vorhin ja schon über Hanans Stück gesagt haben, vielleicht ein kleines Beispiel aus vielen, die man bestimmt geben könnte für vom neuen Musikensemble zur Band, ist die Schlagzeugstimme. Und zwar fängt sie an mit diesen Messern und dem Tablett einen Rhythmus zu etablieren. Quasi ungefähr so in diese Richtung, wenn sie dann später im Stück am Schlagzeug jetzt hier zum Vorführungszwecken auf der Cajonne in folgender Form übernimmt. Da merkt man schon, es ist etwas grobiger als mit Messer und Tablett. Und im weiteren Verlauf entwickelt sich der Groove dann. In die Richtung und dann am Ende feck. Los, mehr, jetzt komm, gehen, take it all. I have earned, los, mehr, jetzt komm.